So, bei Granny zu Besuch mit der Vase. Guckt mal, wie fett die ist. Heute werden wir auf jeden Fall ihr Tampon finden, weil ich es in den letzten Folgen nicht... Nein! Also, nee. Granny und ich werden definitiv keine besten Freunde, so viel steht fest. Aber nein, Leute, weil wir beste Freunde sind, bringe ich sie jetzt um. Schönes Leben dir. Oh, was ist das? Ja! Das ist der fette Vogel. Autoschlüssel? Ja, Teddy! Oh, nee. Ey, aber vielleicht kann ich Granny damit schlagen. Boah, leck mich fett. Also, eine Sache, die ich bald auf jeden Fall finden muss, ist ihr Tampon, weil... Granny ist in letzter Zeit so schlecht drauf. Ihr Tampon! Wenn Granny kommt, dann beife ich sie in den Arsch! Was hab ich jetzt gemacht? Oh, oh. Hier, Granny, guck mal, ich geb dir sogar deinen Tampon. Lass mich jetzt raus! Scheiße. Was ist das denn jetzt? Ist das deine Tochter oder was? Wir tun jetzt Granny's Tampon zu ihrem Schlafplatz. Granny hat es voll geschissen! So, zähl mal auf. Ich nehme meinen Tampon! Scheiße. Scheiße.